In der Station Heiligenstadt im 19. Wiener Gemeindebezirk befindet sich eines der ältesten Bahnhofsbeiseln Österreichs. Jeden Tag öffnet Zweckerl um 7 Uhr früh seine Pforten. Viele Gäste sind auf der Durchreise und nutzen das Service, um sich zu stärken. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Na super. Schöne Wetter. Wäre schon gefühlt. Können Sie schwimmen heute? Ja, ja. Ah, das ist gut. Was möchtest du trinken? Na, den Kaffee nur. Nur heute. Kaffee-Latte? Ja, bitte. Wie lange kommen Sie denn schon daher? Ja, jahrelang. Warum immer da her? Das ist für mich eine Zwischenstation, wenn ich zum Schwimmen fahre, an die Donau raus, dann kriege ich da einen Kaffee und ein Frühstück. Und im Winter Betto, nur dass ich halt eine Wanderung mache im Wald draußen, im Greifenstein oder Tritzendorf. Es ist schon eine Gewohnheit geworden, die man nicht missen möchte, so wie das Zähneputzen in der Früh. Bitte. Bitte, Senor. So, Ihre. Vielen Dank. Bereits 1898 wurde die Station Heiligenstadt eröffnet. Fürs gepflegte Vormittagsbier mussten die Gäste sich noch ein wenig gedulden. Dieses gewisse Bahnhofspublikum, der echte Wiener mit der Goschen, der ist im Verschwinden begriffen. Also das Urbahnhofspaiselpublikum waren auch Sandler unter anderem, die vielleicht nur auf ein Bier oder auf drei Bier, fünf Bier gehen. Und dort haben sie die Toiletten und alles. Und haben sie Leute und Sozialkontakt. Da kommen immer dieselben. Also das ist wie eine Wohnung schon. Eine Wohnung im Schalikort. Ich bin einer der letzten Wiener. Ich bin 76. Die alten Wiener und die Beiseln, das gehört einmal zusammen. Das ist eine Einheit. Einer lebt vom anderen. Das Weckerl wurde um 1929 eröffnet. Damals war es ein kleiner Kiosk. Mittlerweile führt Alexandra Pistrol das Lokal in vierter Generation. Mein Vater hat das 1980 übernehmen müssen, weil meine Großmutter die Sting runtergefallen ist und sich den Oberschenkelhals gebrochen hat. Und dann hat er es übernommen und ich bin immer wieder als Kind mitgekommen. Also einen Tag, da kann ich mich erinnern, der war super. Da bin ich als Achtjähriger oder so gekommen. Und da habe ich mithelfen dürfen und habe auch einmal Getränke rausbringen. Ich war so stolz, dass ich da, glaube ich, damals 20 Schilling Getränke bekommen habe. Also das war klasse. Und da waren auch schon viele von den Kunden, die heute noch da sind. Was speziell an dem Lokal ist, ist, dass es halt einfach im Prinzip nicht nur ein Bahnungsbeißel ist, sondern mein Vater hat 1994 Dekat, hier auch einen Dekovierbereich rauszubauen. Und seitdem her verkaufen wir da halt eben vorbelegte Weckern und haben also eigentlich im Prinzip den Bereich hier nach draußen in die Bahnhofshalle sowie halt drinnen für das Lokal. Das Lokal liegt gleich neben dem Karl-Marx-Hof, dem größten Gemeindebau Wiens. Viele der Bewohner sind Stammgäste im Weckerl. Ich bin da, weil ich unterwegs nicht in die Arbeit bin. Zwischenstopp noch. Genau. Und ich warte auf meinen Autobus. Heute fange ich erst Mittag aus, dann kann ich auch noch früh schon gehen. Julio, was gibt's heute zum Mittag? Heute zum Mittag haben wir Schnitzel, ein Rindfleisch mit Gulasch-Rindfleisch, Cevacici. Ich komme eigentlich nicht her, weil es ein Bahnhofsbeißel ist, sondern weil ich da drüben mein Center habe. Und in der Früh um sieben einen zweiten Kaffee da trinke. Jeden Tag? Ja. Meistens bin ich zum Mittag auch da. Überhaupt, wenn der Senior-Chef Reißfleisch macht oder Gratfleisch oder Kalbsgulasch oder Schweinsbraten. Weil da kriege ich keinen Hunger. Dann bleiben Sie da bis zum Mittag. Die Station Heiligenstadt ist Teil der ehemaligen Vororte Linie und steht unter Denkmalschutz. Eines der ältesten Lokale ist das Weckerl. Mittlerweile führt Alexandra das Lokal. Ihr Vater besucht aber seine alte Arbeitsstätte regelmäßig. Schauen wir mal, was ich zu Hause gefunden habe in Omas Nachlass. Ganz was Tolles. Den Ursprungsvertrag von Heiligenstadt. 1929 vom Schwager deiner Urgroßmutter abgeschlossen. Das war übrigens deine Urgroßmutter. Bild aus 1937. Bist du narrisch. Die Vororte Linie wurde 1898 eröffnet und war ursprünglich Teil der Wiener Stadtbahn. Sie wurde nach Plänen von Otto Wagner gebaut. Ich habe dann 1994 mit einer Dame von der ÖBB damals eine Besprechung gehabt, wegen diesem Kiosk da draußen. Weil sie gesagt hat, ob man den nicht schöner machen kann und so. Und da habe ich gesagt, wenn wir das schon machen, dann reißen wir mal alles nieder und machen das komplett neu. Morgen! 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 Seid ihr zufrieden? Ja, wir sind schon neugierig, wenn es fertig ist. Ja, ich auch. Das zieht sich ein bisschen alles, aber gut. Aber es bringt auf jeden Fall was. Es kommt oben drüber ein Glas. Mit Sterne und Himmel. Mit Sterne und Himmel. Mit Sterne und Himmel. Ein richtiges Glas. Da wirst du deppert, wenn die Sonne drüber ist. Obendrauf kommt... Ist das was für Sonnen? Nein, obendrauf kommt Glas und unter drunter kommt der Sonnenschutz. Ja, das ist gut. Ja, weil sonst wirst du ja wahnsinnig. Ja, nein, nein. Wer Sonne will, der muss da hinsetzen. Die aufregendste Zeit ist immer, wenn was gebaut wird. Da gibt's was zum Schauen, da gibt's was zum Fragen, gell? Da gibt's was zum Diskutieren. Ja, wegen Trank kann man nicht. Nein. Nein. Die Stammgäste sind nahezu alle aus der Nachbarschaft. Man kennt sich. Ich kenne das seit 40 Jahren. Aber bin erst seit drei Jahren wieder in Wien. Wir waren ja alle da. Sie waren da. Sie waren da in Karl Marxhof. Sie waren da, ich war auch da in Karl Marxhof. Sie waren ja alle gerätselt. Folio, dann hast du mir einen Apfelsaft gespritzt? Ja. Grundsätzlich, das Lokal selber lebt 90 Prozent von den Karl Marxhofbewohnern. Die sind unsere Stammkunden seit 35 Jahren und länger. Für die ist das einfach das verlängerte Wohnzimmer. Ich fahr aus der Tür und fahr hier rein. Doch das Bahnhofspeisel ist Treffpunkt für alle sozialen Schichten. Hier ist es immer schon auch so gewesen, dass sich dann oft am Abend Leute nach der Arbeit getroffen haben. Und es war auch immer ein sehr gemischtes Publikum. Es ist nicht nur so, dass das jetzt nur Arbeiterpublikum war. Genauso hast du dann halt eben den Augen geruhen gehabt, der einmal so reingekommen ist und seinen doppelten Weinbrand gebraucht hat. Dann ist er operieren gegangen. Dann ist er operieren gegangen. Unterhaltung einfach. Nur in der Wohnung sitzen, ist auch nicht lustig. Darum sind wir ja jeden Tag da. Ich geh ins Lokal, damit ich mich unterhalten kann. Den Tag braucht kein Mensch. Damit ich meinen Spaß habe. Für das geh ich fort. Ich bin Pension, für das geh wir ja da her. Und geht man ja da wo vor, damit man reden kann, plaudern kann. Was mach ich daheim? Sterben kann ich daheim oder ins Spital. Viele der Bahnhofsbeiseln mussten aufgrund von Auflagen und Umbauten der Bahnhöfe schließen. Eine Entwicklung, die der Seniorchef mit gewisser Resignation sieht. Man kann nur hoffen, dass es bestehen bleibt. Die Frage ist, wie sich das auf Bahnhöfen zum Beispiel entwickelt wird. Weil da werden sich es wahrscheinlich überlang nicht mehr Ketten leisten können, da die entsprechenden Mieten zu bezahlen. Jetzt muss ich mal trinken, drauf. In der Station Grottenbachstraße befindet sich ein kleiner Imbissstand. Wie viele der alten traditionellen Würstelstände verkauft er mittlerweile Kebab und Pizza. Einer der Stammgäste ist der Schauspieler und Kabarettist Christoph Felbel. Geh, kann ich bitte einen Kaffee haben? Das ist sehr lieb von dir. Wenn ich einen schnellen Hunger habe oder gerade keinen Kaffee zu Hause, dann komme ich da her. Früher, wenn die Kinder noch regelmäßig gekommen sind, und wenn ich zu faul war zum Kochen, dann habe ich gesagt, der Papa geht jagen und bin mit einer Türe raufgekommen oder mit einer Pizza. Und es schmeckt ihnen wieder, das ist sehr angenehm. Die Station Grottenbachstraße gehört zur sogenannten Vororterlinie. Nicht gerade im Zentrum Wiens. Vom Wegschauen können wir uns. Mit jungen Herren können wir schon länger, ja. Danke für die jungen Herren. Das erste Mal habe ich dich gesehen, wie du mir einen dahinter sehen hast, deinen Film drauf hast. Das ist ja 1834 gewesen. Ja, nein, 1834 habe ich das gelesen. Warst du noch ein junger Opfer? Kommen Sie oft her? Der war noch nie da. Ich komme öfter her, überhaupt am Wochenende, weil du rundherum sonst nix isst, wo kriege ich. Ich komme nur auf diesen Bahnhof. Aber das hat eine nette Atmosphäre. Das ist noch gediegen und ruhig. Da ist es halt einfach nett. Ab und zu komme ich auch so, setz mich am Abend her. Die Stammgäste bleiben, die Wirte wechseln. Das ist der dritte Besitzer. Und der erste, den ich kenne, der war zwölf Jahre da, 15 Jahre da, ich weiß jetzt nicht. Und der hat aufgehört, weil es für ihn gesundheitsgefährdet war. Durchs Tschechen. Na klar, der hat gesoffen wie ein Loch. Wenn der den ganzen Tag da ist, da reichen 10 Leute, die sagen, ich zahl eine Runde. Muss der Wirte dann immer mittrinken? Muss nicht, aber er hat es gemacht. Naja, der Jäziger, was da ist, weil der Chef liegt im Moment am Nannspital. Mit dem 18. Herzinfarkt, glaube ich. Ab fünften. Also nein, es sind eh nur fünfe gewesen. Aber jetzt ist er brav. Er ist trocken. Er saft nichts mehr. Warum hat er dann noch einen gekriegt? Wenn er einen Herzinfarkt gekriegt? Weil er nichts mehr saft. Weil der Körper das nicht mehr vertragen hat. Also am Bahnhof war er früher eher ein Braunweiner. So gehen Sie mal, oder? Zumindest ein Braunweiner, der was zum Essen auch kommt. So gehen Sie mal rein. Wie nicht? Weil es.